Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Ja, dann stell dich hin. Guck mal, wenn du dich hinstellst, wenn du stehen kannst. Guck mal, wenn der Wagen steht. Guck mal, wenn der Wagen steht. So? Nein, spielst du raus. Aber dann ist erst mal deine Bananen, sonst fällt die auf den Boden. Magst du nicht? Florian, hältst du mal? Mag jemand noch ein Stück Banane? Wir müssen uns nicht.